Hallo Freunde und Willkommen. In diesem Video will ich euch mal wieder einen kleinen Tool zeigen, der wirklich sehr praktisch ist. Finde ich zumindest. Es ist kostenlos und dachte mir, dass für den einen oder anderen unter euch, der das noch nicht kennt, auch sehr nützlich und praktisch sein könnte. Nun die Tastenkombination Windows R das kennt, denke ich wirklich fast jeder, wenn nicht jeder sogar. Ja, wenn wir die beiden Tasten drücken hier Windows R zusammen, dann öffnet sich das sogenannte Ausführenfenster oder auch Run oder Run-Command genannt und wir können hier ein Befehl eingeben, einfach mit Enter bestätigen oder mit OK halt und schon wird es ausgefüllt. Ja, kurz gesagt, wir können hier einfach irgendeine App direkt öffnen oder wir haben hier noch die Möglichkeit, durchsuchen, den Dateimanager hier zu öffnen und eben nach irgendwelche Dateien zu suchen. Und was ich euch jetzt nun aber zeigen möchte, ist eine Alternative oder besser gesagt eine erweiterte Version von diesem Run-Command. Und zwar ist es wie gesagt ein kleines Tool, was auch kostenlos ist und portable. Wir brauchen also nichts installieren auf unserem PC oder Laptop. Einfach herunterladen und ausführen. Ich habe das jetzt schon heruntergeladen. Den Download-Link findet ihr natürlich unter dem Video bei Interesse. Ich starte das jetzt einfach mal hier. Zack und sieht hier so aus. Ja, ich mache das jetzt mal so und schließe hier. Und wenn ich jetzt die Windows und die R-Taste zusammendrücke, dann bekomme ich auch dieses, ja, Run-Command-Fenster. Nur, dass sie etwas erweitert ist. Ich ziehe das mal jetzt hier rüber und wir haben hier jede Menge mehr Möglichkeiten, ja. Ja, wir sehen hier haben wir, wir können hier auch den Taskmanager hier mit einem Klick quasi aufrufen. Dann haben wir hier die, was war das jetzt hier, Eigenschaften irgendwie vom System, genau. Ja, wir haben hier einmal die CMD, PowerShell und viel mehr. Hier die Computermanagement. Ja, wir haben also hier wirklich jede Menge Möglichkeiten. Es gibt eigentlich, hier haben wir nochmal hier, zack. Darum, dass die Arbeit, unsere Arbeit wirklich erleichtert wird. Und außerdem können wir hier direkt, wir sehen hier, wir haben hier die Möglichkeit ausführen oder als Administrator ausführen direkt. Ja, wenn wir jetzt hier irgendeinen Befehl, keine Ahnung, eingeben. Ich mache das jetzt einfach mal mit CMD. Und direkt als Admin mit einem Klick ausführen. Ja, hier können wir, ja. Hier können wir uns Favoriten anlegen. Hier können wir diese verwalten, löschen oder anlegen. Eben, wenn wir jetzt hier, ja, ein Befehl sehr oft benutzen, dann können wir jetzt hier einfach Favoriten zu Favoriten hinzufügen. Zack. Und schon können wir jetzt hier mit einem Klick direkt starten. Ja, dann haben wir hier, das ist jetzt hier das Startmenü einfach. Dann die Programme hier nochmal ganz kurz durch. Hier sind ein paar Optionen. Verstecken beim Schließen. Ja, minimiert. Mit Windows starten oder nicht. Hotkey, wir können uns die Tastenkombination hier ändern, wenn wir wollen. Wo waren wir jetzt hier? Optionen. Oder und so weiter. Ja, das ist jetzt hier sehr selbsterklärend. Selbsterklärend und auch ziemlich übersichtlich. Zu treu beim Schließen. Okay. Hier, das können wir jetzt hier in die, zack. Wo ist das jetzt hier? In die Taskleiste. Ja, im Hintergrund quasi laufen lassen. Und mit der rechten Maustaste direkt hier irgendwas ausführen, wie unsere Registrierditor beispielsweise. Beenden. Okay, genau. Das ist, denke ich, schon alles. Ich denke, ich habe jetzt nichts vergessen. Hier, ja, das ist ziemlich übersichtlich und einfach und ja, intuitiv hier zu bedienen. Wir können, wir können hier die Dienste hier, die Windows-Dienste aufrufen. Systemsteuerung. Das ist aber, okay, das können wir hier ausblenden. Wo ist das jetzt wieder hier? Tag. Okay. Und schon haben wir hier, ja, ein bisschen Zeit gespart. Wie gesagt, wenn wir oft damit hier mit irgendwelchen Sachen arbeiten. Das war es aber auch schon alles jetzt, was ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Über ein Like und ein Abo freue ich mich natürlich auch, falls ihr das noch nicht getan habt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.